Musik Ich habe vor einem Jahr einen Kompositionsauftrag der Bonnerin Susanne Kessel bekommen. Pianistin, die ein Werk sozusagen gerade am schaffen ist. Sie hat 250 Komponisten aus der ganzen Welt gefragt, für sie 250 Kompositionen zum Thema Beethoven zu schreiben. Und ich habe eine geschrieben, das wird alles veröffentlicht. Und in dem Band 2 der Notenedition ist mein Stück jetzt gerade verlegt worden. Und das ist nur eine Anekdote. Ansonsten ist Beethoven nicht so nah wie Bach. Sagen wir es mal so. Also Beethoven großartig, aber es war nie jemand, der mich so total berührt hat. Heute, ich bin froh, in dem meiner Meinung nach schönsten und bestklingendsten Raum in Bonn spielen zu dürfen. Das finde ich großartig hier. Ich war hier schon zweimal und habe mich gefreut, wieder hier sein zu dürfen. Und ja, es wird bestimmt ein schöner Abend. Musik Und ja, es wird bestimmt ein schöner Abend. Musik Musik Musik